So, Hallenheads, willkommen zurück zu der Folge Let's Play Minecraft. Wir haben ja gerade unsere frische Treppe gebaut. Dann würde ich sagen, verbessere ich das hier außen, dass wir hier außen schön haben. Wunderschön. Wunderwunderschön. Soupy. Ja, mega soupy. Okay, dann muss ich hier die Fackel kurz entfernen und dann setze ich die einfach hier hin. Improvisiert. So. So, so hätten wir das jetzt erstmal. Okay, dann muss ich dann, ups, dann entferne ich hier auch gleich mal die Erde, dass es hier gut aussieht. Nicht, dass es irgendwie scheiße aussieht oder so. So. Würde ich sagen... Ich weiß gerade auch gar nicht, wie ich das jetzt genau machen soll. Soll ich das jetzt so machen? Soll ich da jetzt so freilassen oder... Ich versuche es einfach mal so, so zum Freilassen. Vielleicht sieht es ja so irgendwie besser aus. Ich weiß ja nicht genau, wie ihr das so haben wollt. Ach ja, doch, das gefällt mir schon klein. Würde ich mir halt so ganz offen so haben. Okay, ähm... Dann muss ich jetzt natürlich hier noch höher bauen, ist klar. Ja. So. Dann baue ich mal hier einfach jetzt kurz den Umriss hin. Dass wir das wenigstens hier oben haben. Und dann baue ich mir hier einen wunderschönen Balkon hin. Dass wir eine wunderschöne Sicht auf hier die kleinen Wald haben. Das würde ich zumindest so meinen, dass wir das so machen. Ich finde das jetzt dann gut aus. Ja, mir fällt gerade die ganzen Sachen, die ich hier baue, einfach so ein. Also ich habe da jetzt nichts eigentlich geplant. Die mache ich dann nochmal so ein kleines Panoramafenster hin. So ganz klein. Das ist voll süß und so. So. Dann hätten wir das oben schon mal. Ähm... Dann mache ich hier so. Hier kommt dann... Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie ich genau das bauen soll. Und dann kommt... Nee, das ist aber dann unsymmetrisch. Ich werde nur eine Tür reinhaben. Wie soll denn... Wie mache ich denn dann das jetzt am meisten? So, ne? Nee. Hä? Ja, okay, das ist jetzt unsymmetrisch gebaut. Das ist jetzt schon ein bisschen scheiße. Scheißendreck. So was sagt man nicht. So was macht man. Nee, scheißendreck macht man nicht. Ja, anscheinend muss ich aber irgendwie so, ne? Weil da baue ich halt ne... Keine Ahnung, da baue ich halt so. Ist auch nicht so arg schlimm. Dann baue ich hier oben... So ein Zweierfenster hin. Das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Aber ich mache hier... Ups. Da mache ich jetzt... Äh, so, so. Dann hätten wir das auch genauso wieder drüben. Hier mache ich... Hier mache ich ein Fenster hin. Das kann doch ganz bestimmt nice beim Hochlaufen so ein kleines süßes Fenster haben. So. Komm, den einen verbrauchen wir kurz. So ein Einzelfenster wäre schon nice. Dann machen wir so. Hier baue ich am besten einfach zu. Ups. Wollte ich nicht. Ähm. Boah, ich bin gerade irgendwie voll draußen. Ah, jetzt okay. Sollen wir das so lassen, weil ich meine... Na gut, auf der Seite bringt es eigentlich auch nichts, weil wir gucken und gegen unsere eigene Wand dann... Das ist ja dann eigentlich ja nicht so schön. Aber hier lasse ich ein... Hier lasse ich ein Einzelfenster ein kleines. Nur so ein bisschen hier zum gucken. So hätte ich schon mal die Höhen eingebaut. Die Höhen und Tiefen. Der Ups, der Trump des Jahres. Was? Ich weiß gar nicht genau, wie ich lange schon aufnehme. So. Dann baue ich hier auch noch kurz zu. Und dann mache ich das in einer Dreierhöhe. Das soll ja nicht dann ganz zu hoch werden. Und dann machen wir vielleicht doch ein Dachgeschoss oder... Ähm. Und noch einen Keller. Das ist auch wichtig. Boah, das gibt es doch nicht, ey. Ich verkacke gerade alles. Huh. Huh. Egal, wir testen dann auch gleich unsere neue Treppe hier. Wunderschön, ich weiß. So, 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 so. So. Hätte ich das schon mal so? Das muss ich nur noch hier... Jetzt muss ich nur noch die kleinen Fenster hier zubauen. Die ganzen Sachen hier halt. Ähm. Hier auch noch. Und hier auch noch. Und hier auch noch. Und da und da. So, sieht das Ganze doch schon mal viel interessanter aus. Viel nicer. Nicer. Dann baue ich gleich mal meinen Balkon mit. Dass wir den auch gleich hatten. Dann baue ich jetzt mal so. So. Oh. Das Holz ist mir eiskalt ausgegangen. So, hier auch noch. Und da bauen wir da einen schönen Zaun hin. Yay. Und hier habe ich gesagt, mache ich das kleine Fenster. Aber ich mache das Fenster jetzt doch mal so. Ich mache das Fenster doch größer, weil... So sieht das ja wie ein Eingang aus. Ah, okay. Dann muss ich doch wohl hier mal noch machen. Ups. So. So. Dann, dann sieht das ein bisschen besser aus, ne? Aber das muss ja dann weg. Hier. Ne, das ist ja das... Hä? Ach, okay. Sollen wir das dann... Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es genau machen soll. Denn wir könnten da auch jetzt keine richtig gute Tür einbauen. Aber das stört ja schon irgendwie schon. Das stört ja schon irgendwie schon. Lol. Das stört ja schon ein klein bisschen. Dass das jetzt dann direkt da vorne so ist. Ach, ich weiß nicht, was ich da mache. Oh, Pandavid-Style. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird. Aber ich denke, das sieht so ungefähr bis... Ah, doch, das sieht ganz okay aus. Das sieht wirklich ganz okay aus. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Oh, hier muss ich noch machen. Dann baue ich gleich mal das Dach zu. Oh, habe ich... Genau, ich habe Monster gar nicht an. Tut mir leid. Aber wir haben jetzt eh keinen großen Fight gemacht oder so. Aber natürlich ist das jetzt scheiße, dass ich jetzt Monster ausgemacht habe. Oh mein Gott. Jetzt werden wir alle sterben wegen dem. Okay, das war es auch dann schon wieder mit dieser Folge. Mit der achten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten. Tschüss. Thought.